Stolinger, guter Einsatz gegen Hofmann. Und dann der Schuss von Tomasz Visio. Erneut gleicht der Laskaus. 3 zu 3 ist das ein verrücktes Spiel. Tomasz Visio, zweiter Bundesliga-Treffer für ihn. Stolinger setzt sich hier entscheidend durch gegen Hofmann. Und dann hat Visio Platz, zieht ab und Helge Payer ohne jede Abwehrmöglichkeit. Toller Schuss von Tomasz Visio. Und der Laskaus kommt zum dritten Mal in dieses Spiel zurück. Tomasz Visio trifft nach mehr als vier Jahren wieder in der Bundesliga. Am 30. August 2003 hatte er sein bis heute. Am 30. August 2010 hat er seit caulinhaأ.